Jan-Josef Liefers ist ein deutscher Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent. Der Durchbruch gelang ihm 1996 mit Rossini, oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Einem breiten Publikum ist er seit 2002 als Rechtsmediziner-Professor. Dr. Dr. Karl Friedrich Börne im Münsteraner Tatort bekannt. Leben, Herkunft und Ausbildung Jan-Josef Liefers stammt aus einer Theaterfamilie. Sein Vater war der Regisseur Karl-Heinz Liefers, seine Mutter ist die Schauspielerin Brigitte Liefers-Wehner, auch sein Großvater Heinz Liefers war Schauspieler. Der Schauspieler Martin Brambach ist sein Stiefbruder. Liefers wuchs in Dresden auf. Zeitweilig lebte er bei seiner Großmutter in Erfurt. Nach dem Abschluss der 10. Polytechnischen Oberschule in der Goethe-Straße 1980 absolvierte er zunächst eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Anschließend studierte er von 1983 bis 1987 an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, in Berlin. Privates aus seiner ersten Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakova, Tochter des Moskauer Schauspielers, Regisseurs und Schauspiellehrers Olek Tabakov, hat er die Tochter Polina Liefers, die in Moskau am Theater arbeitet. Liefers war bis 1999 fünf Jahre lang mit seiner Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer liiert. Sie lernten sich bei Dreharbeiten der Fernsehserie Die Partner kennen. Aus dieser Beziehung entstammt ein gemeinsamer Sohn, der 1997 geboren wurde. 1999 lernte er die Schauspielerin Anna Los am Set des Fernsehfilms Halt mich fest. Kennen, seit 2004 ist das Paar verheiratet und hat zwei Töchter, Lili Liefers und Lola Liefers. Beide sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig. Liefers lebt mit seiner Familie in Berlin-Steglitz. Karriere Theater Bereits 1980 spielte Liefers noch als Schüler am Studententheater die Bühne der Technischen Universität Dresden. Danach wirkte er an dem Arbeitertheater, dramatischer Zirkel des VEB-Grafischer Großbetrieb Völkerfreundschaft Dresden, unter der Leitung von Rudolf Donath. Für sein erstes hauptberufliches Theaterengagement ging Liefers direkt nach der Schauspielschule ans Deutsche Theater Berlin, wo er in Inszenierungen von Regisseuren wie Thomas Langhoff und Heiner Müller mitwirkte und mit seinem Schauspielerkollegen Tobias Langhoff die Experimentalbühne Baracke am Deutschen Theater ins Leben rief und 1989 mit dem Stück Der Stumme Diener von Herold Pinter eröffnete. Unmittelbar nach der politischen Wende in der DDR wechselte Liefers 1990 in ein festes Engagement an das Thalia Theater in Hamburg und arbeitete dort mit Theaterregisseuren wie Robert Wilson, Werner Schröter und Jürgen Flimm sowie mit dem Komponisten Tom Waits zusammen. 1994 kündigte er am Thalia Theater, um freischaffend für Film und Fernsehen tätig sein zu können. Film und Fernsehen Sein Kinodebüt gab Liefers 1989 in der Gemeinschaftsproduktion von ZDF und DEFA in dem Film Die Besteigung des Chimborazo von Rainer Simon, in dem er den jungen Forscher Alexander von Humboldt spielte. In der 26-teiligen Kriminalfanzeserie Die Partner verkörperte er von 1995 bis 1996 an der Seite von Ann-Kathrin Kramer den Düsseldorfer Privatdetektiv Philipp Kassdorf. Der Durchbruch gelang ihm noch im gleichen Jahr mit Rossini, oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Für die Rolle des Bodo Kriegnitz erhielt Liefers den Bayerischen Filmpreis für Nachwuchsschauspieler. 1997 erschien das deutsche Roadmovie Knocking on Heaven's Door, in dem Liefers an der Seite von Till Schweiger den an Knochenkrebs erkrankten Rudi Wurlitzer spielte. Der Film wurde ein großer Erfolg und hatte über drei Millionen Zuschauer. 2000 brachte ihm die Rolle des Gitarristen Johnny in der Tragikomödie Halt mich fest. An der Seite seiner späteren Ehefrau Anna Loos den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ein. Seit 2002 steht er zweimal im Jahr gemeinsam mit Axel Prahl für den WDR-Tatort als Rechtsmediziner Karl Friedrich Börne in Münster vor der Kamera. Diese Filmfigur basiert auf dem Rechtsmediziner und Professor Bernd Brinkmann. In einer Folge war Liefers auch für die musikalische Gestaltung verantwortlich. Die Folge Fangschuss im April 2017 erreichte mit 14,56 Millionen Zuschauern die höchste Einschaltquote für einen Tatort seit 1992. 2008 übernahm Liefers in dem vom NDR produzierten Film Es liegt mir auf der Zunge die Rolle des ersten deutschen Fernsehkochs Clemens Wilmenroth. Im Oscar-nominierten Spielfilm Der Badermeinhof-Komplex verkörperte er Peter Hohmann. 2010 war er als erfolgloser Rockmusiker und Lebenskünstler Rochus Siewak an der Seite von Ursula Strauß und Joachim Fuchsberger in der österreichisch-deutschen Filmkomödie Die Spätzünder zu sehen, die 2013 mit Die Spätzünder 2 Der Himmel soll warten fortgeführt wurde. Seit 2012 spielt er neben Stefanie Stappenbeck in den vom ZDF produzierten Verfilmungen der Joachim-Fernau-Romane von Elisabeth Herrmann die Hauptrolle des Rechtsanwalts Joachim Fernau. Im Februar 2021 war er an der Seite von Katharina Schüttler in der achtteiligen ZDF-Thriller-Miniserie Tod von Freunden in der Serienhauptrolle des Architekten Bernd Küster. Seit 2009 ist Liefers neben Günther Jauch wiederholt Kandidat in der von Frank Plasberg moderierten ARD-Spielshow 20XX das Quiz. 2020 moderierte er Lieferservice auf das erste, eine Talkshow in Skype-Format mit unterschiedlichen Gästen aus dem Homeoffice. Gemeinsam mit dem Gerichtsmediziner Michael Zokos wirkte er 2021 in der RTL-Dokumentarserie Obduktion – Echte Fälle mit Zokos und Liefers mit. Liefers hat neben Filmmusiken Drehbücher verfasst und trat auch als Filmregisseur in Erscheinung. 2010 gründete er die Firma Radio Doria Entertainment für Film- und Fernsehproduktionen. 2021 drehte Liefers mit seiner Filmproduktionsgesellschaft als Regisseur den ZDF-Fernsehspielfilm Honecker und der Pastor in Potsdam und im Studio Babelsberg. Musik neben seinen Arbeiten auf der Bühne und vor der Kamera hat sich Liefers auch eine Karriere als Musiker aufgebaut. 1975 bekam er seine erste Gitarre und nahm Gitarrenunterricht. Seit 2006 ist er mit seiner Band Radio Doria regelmäßig auf Tournee. Unter dem Titel Soundtrack meiner Kindheit berichtet er in den Auftritten über seine Kindheit in der DDR und stellt Lieder aus deutscher Bands vor, die ihn geprägt und durch seine Kindheit und Jugend begleitet haben. 2009 veröffentlichte er eine gleichnamige Autobiografie. 2010 wirkte er mit Sascha und Henning Wehland als Feature-Künstler bei dem Titel Endloser Sommer auf dem Stefan-Wagershausen-Album So ist das Spiel mit. 2012 begleitete Liefers die Band Pudis auf deren Jubiläumstour zum 40-jährigen Bestehen der Band. Das Abschlusskonzert in der O2 World Berlin wurde aufgezeichnet und als DVD veröffentlicht, unter dem Titel Pudis – Live aus der O2 World – das Jubiläumskonzert. 2015 trat er mit seiner Band Radio Doria für das Bundesland Sachsen beim Elf Bundeswischen Song Contest mit dem Lied Sehnsucht Nummer 7 an. Er belegte dabei den 4. Platz. Werbung Liefers wurde 2009 testimoniell für Ferrero und warb in Fernseh- und Hörfungsputz für Ferrero Rocher. Gemeinsam mit seinem Tatortkollegen Axel Prahl wirbt er seit 2012 in Fernsehsputz für die Hybrid-Variante des Toyota-Jahres. Mit seiner Frau Anna Los macht er Werbung für Gardeur. Soziale und politische Betätigungen am 4. November 1989 – wenige Tage vor dem Fall der Berliner Mauer – nahm Liefers vor mehreren hunderttausend Menschen als Redner an der Alexanderplatz-Demonstration, der Abschlusskundgebung der größten Demonstration der DDR-Geschichte teil, die live im DDR-Fernsehen übertragen wurde. Er endete seine Rede mit den Worten. Die vorhandenen Strukturen, die immer wieder übernommenen prinzipiellen Strukturen lassen Erneuerung nicht zu. Deshalb müssen sie zerstört werden. Neue Strukturen müssen wir entwickeln, für einen demokratischen Sozialismus. Und das heißt für mich unter anderem auch Aufteilung der Macht zwischen der Mehrheit und den Minderheiten. Jan-Josef Liefers Deutsches historisches Museum Jan-Josef Liefers unterstützt die Aktion Deine Stimme gegen Armut, die entwicklungspolitische Organisation One sowie die sich für die Behandlung einer seltenen genetischen Kinderkrankheit engagierende NCL-Stiftung. Für sein soziales Engagement wurden ihm im Dezember 2011 der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und 2013 der Annemarie Rengerpreis des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland verliehen. Außerdem unterstützt Liefers die Kampagne Steuer gegen Armut, die sich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die sogenannte Robin Hood-Steuer, einsetzt. Dazu spielte er zusammen mit Heike Makatsch die Hauptrolle in dem Kurzfilm Steuer gegen Armut. Eine gute Idee? Des Weiteren unterstützt er die Petition gegen Spekulation mit Nahrungsmitteln. Die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag bestimmte ihn 2012 zum Wahlmann für Sachsen bei der 15. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten Gauck. Liefers forderte im Laufe der Überwachungs- und Spionageaffäre 2013 Asyl für den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. Natürlich befürworte ich Asyl für Snowden. Deutschland verweigert ihm Asyl ja nicht aus selbstgewonnener Überzeugung, sondern lediglich aus Loyalität den USA gegenüber. Die Diskussion, wo auf der Skala zwischen «Held» und «Verräter» er seinen Platz hat, wäre für mich ein extra Thema. Immerhin hat Frau Merkel ihm die Erkenntnis zu verdanken, dass auch sie persönlich abgehört wurde. Jan-Josef Liefers, der Spiegel vom April 2019 bis Dezember 2020 war Liefers Mitglied der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission, 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Liefers beteiligte sich im April 2021 an der Aktion Hashtag Allesdichtmachen, bei der rund 50 prominente Schauspieler in Einzelvideos diverse Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie kommentierten, was laut den Beteiligten als «ironisch-satirisch» verstanden werden sollte. Die Aktion löste kontroverse Diskussionen aus. In seinem Video für die Aktion bedankte sich Liefers, laut Eigenaussage, ironisch gemeint, bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Außerdem dürfe man Wissenschaftlern, die andere Positionen vertreten als die bäratenden Experten der Bundesregierung, keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was gut für uns ist. Nach massiver Kritik wies Liefers eine Nähe zur Querdenkenbewegung, zur AfD, zu Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und «Corona-Ignoranten» zurück. Im Mai 2021 initiierte die Tübinger Notärztin Lisa Federle gemeinsam mit Jan-Josef Liefers und dem Fernsehmoderator Michael Antwerpes das Projekt Hashtag «Bewegt euch!». Damit soll es Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, trotz anhaltender Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie wieder Sport auch in größeren Gruppen zu treiben. Dies soll im Rahmen eines Modellprojektes unter kontrollierten Bedingungen und mit wissenschaftlicher Begleitung erfolgen und zunächst mit Aktionen in Tübingen und Berlin starten. Das baden-württembergische Sozialministerium hat inzwischen eine Genehmigung erteilt. Die Schirmherrschaft über den Verein hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übernommen. Auszeichnungen 1986, Erich-Weinhardt-Medaille, Kunstpreis der FDJ 1996, Bayerischer Filmpreis, bester Nachwuchsdarsteller für Rossini, oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief 2000, Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellendenkünste, Darstellerpreis für Halt mich fest. 2000, Bayerischer Fernsehpreis für Regie und Darstellung in Jacks Baby 2003, Bambi für das Wunder von Längede 2004, Adolf Grimme-Preis als Hauptdarsteller in das Wunder von Längede 2010, Premio Bako 2010, nominiert für den Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie bester Schauspieler 2011, Goldene Kamera in der Kategorie Leserwahl, das beste Krimi-Team, als Ensemble-Mitglied des Tator-Teams Münster, gemeinsam mit Axel Prahl 2011, Jupiter Award in der Kategorie bester TV-Darsteller Deutschland, gemeinsam mit Axel Prahl 2011, Goldene Henne in der Kategorie Schauspiel, gemeinsam mit Axel Prahl 2011, Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland für soziales Engagement 2011, 1Live-Krone-Sonderpreis für die Tator-Teams aus Münster und Köln 2012, Gultbagger als bester Nebendarsteller in dem Film Simon Ochekana 2012, Bambi für der Turm 2013, Goldene Henne in der Kategorie Schauspiel 2013, Grimme-Preis für der Turm 2013, Romy als beliebtester Schauspieler in der Turm und Nacht über Berlin 2013, Annemarie Renger-Preis des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland für bürgerschaftliches Engagement 2014, Preis für Schauspielkunst 2014 auf dem Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein 2016, Hutträger des Jahres 2017, Goldenes Schlitzohr 2017, Krawattenmann des Jahres 2018, Ehrenpreis der Hans-Rosenthal-Stiftung 2019, Bayerischer Fernsehpreis, bester Schauspieler. Schauspieler